Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn, ey! Ich will Fägelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Ich will amüsieren! Worin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste werden. Das ist das Foto. Kein Strom, kein Gas, kein sauberes Wasser, keine Kohle, kein Verkehr. Alle Bahnanlagen, Kanäle, Docks, Schleusen, Schiffe, Lokomotiven, Und all das zu zerstören, würde unser Land zurückschleudern ins Mittelalter. Mit diesem Befehl rauben Sie dem Volk jegliche Überlebenschance. Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Sperrt! Anders kann man das nicht machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Herr Führer, Sie suchen also an, Berlin zu verlassen. Mein Führer, wie Sie wissen, sind alle ärztlichen Administrationen und Verbände, die der SS und Himmler unterstellt sind, inzwischen aus Berlin abgezogen. Himmler ist ein Verrettung. Er wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Mein Führer, als Reichsarzt SS gibt es für mich keine Aufgaben mehr hier. Ihr Anzug in Berlin zu verlassen ist ganz und gar unakzeptabel. Meine Familie, falls die Russen mich, ich muss hier weg. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. GONE Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017